U21 emeritiert Als Titelverteidiger startet Deutschland in die U21 emeritiert nun gab der DFB auch den finalen Kader bekannt. Dabei gibt es vor allem zwei Überraschungen. Die deutsche U21-Nationalmannschaft fährt ohne Jortan Tore und Arrigha, fährt HBSC, Janisar Holstein Kiel, Lukas Klünter, fährt HBSC, und Cedric Teuchert, Schalke 04, zu emeritiert in Italien und San Marino, 16. bis 30. Juni. Das gab der DFB am Freitag bekannt. Mit Lukas Klünter und Cedric Teuchert war zu rechnen. Ersterer spielte bei Hertha nur gegen Ende der Saison eine Rolle und ist hinter Klostermann und Hinrichs nur Rechtsverteidiger Nummer 3 im DFB-Kader. Teuchert war große Teile der Saison verletzt und konnte nicht wirklich überzeugen. Überraschend kommt hingegen die Nicht-Nominierung von Jortan Tore und Arrigha und Janisar. Mit 10 Toren und 5 Vorlagen war er einer der Hauptakteure in der starken Kiel-Offensive im vergangenen Jahr. Der klassische Mittelstürmer konnte sich aber gegen die Konkurrenz um Luca Waldschmidt, SC Freiburg, und Marco Richter, FC Augsburg, nicht durchsetzen. Auch mit Jortan Tore und Arrigha hatten die meisten gerechnet. Der talentierte Innenverteidiger ist nämlich Linksfuß. Abgesehen von Felix Udogei vom VfL Wolfsburg gibt es nun keinen linksfüßigen Innenverteidiger mehr im Kader. Mit dabei sind dagegen die angeschlagenen Nadjan Amiri, 1899 Hoffenheim, und Anni Maier, Hertha BSC. Aus der Europameister-Mannschaft von Polen sind somit noch vier Spieler dabei. Lewin Öztunali, FSV Mainz 05, Mahmoud Dahoud, Borussia Dortmund, Waldemar Anton, Hannover 96, und Amiri.